Hallo, ich bin Daniela, die Webdesignerin vom ganzheitlichen Design. Heute zeige ich euch, was eine Webseite richtig erfolgreich macht, wie es gehen kann, dass deine Webseite zum Kundenmagnet wird. Ich gehe das mal mit euch durch anhand meiner letzten Webseite, die ich eben erstellt habe und gehe mit euch das Schritt für Schritt durch. Was denn so die wichtigen Dinge sind? Viel Spaß dabei! So, da fangen wir an, hier oben findet sich der Header. Da ist es mal wichtig, dass ziemlich schnell erfasst wird. Um was geht es denn da? Und hier steht zum Beispiel der Storyteller, das Logo ist halt wichtig, weil die Welt auf deine Geschichte wartet. Genau, Tanja ist Texterin. Genau, hier ist es auch wirklich sinnvoll, dass es sich ganz wichtig, dass einen die Augen hier anschauen, dass hier schon mal ein Bild entweder von dem ganzen Team vom Unternehmen oder von, in dem Fall von der Unternehmerin, von der Tanja Konrad eben gezeigt wird, damit die Menschen schon wissen, ja, mit wem gehört denn diese Webseite. Genau, einfach um diese Persönlichkeit reinzubringen und die Einzigartigkeit. Hier oben seht ihr auch schon, da befindet sich dieses Proven Expert Kundensiegel. Da sind dann auch Sterne drin, 100% Empfehlungen. Tanja hat sechs Bewertungen. Tendenz geht natürlich nach oben. Und hier kann man sich schon ein gratis Kennenlerngespräch buchen. Dann geht es hier weiter. Hier wird quasi die Zielgruppe, die natürlich wirklich feststehen sollte. Also die Positionierung, die gehe ich auch immer durch vorher, bevor ich eine Webseite anfange. Da gibt es dann einen Webseiten-Guide bei mir. Und wen möchte ich denn mit meinem Mehrwert beglucken? Genau, und da wird quasi die Zielgruppe nochmal abgeholt. Kennst du dieses Gefühl? La, la, la. Genau, und dann steht dann, das übernehme ich für dich. Und hier nochmal in Kurzform. Ich bin deine Storyteller, also Storyteller, wenn. Ich bin sie nicht, wenn. Hier ist nochmal ein Bild. Hier sind nochmal die Kundenstimmen. Man kann das auch im Video lösen. Genau. Und dann stell dir vor, ist immer ganz gut, also wenn du quasi schon an der Stelle bist, wie das dann sein wird, wenn die Transformation stattgefunden hat. Also wenn die Dienstleistung von der Tanja eben gegeben wurde. Genau, also du bist stolz auf dein Angebot und so weiter und so fort. Und jetzt hier kommen wir zur Einwandbehandlung. Da steht jetzt zum Beispiel textlich, wo ist denn Hakenkrux und Pferdepuß? Lohnt sich die Investition wirklich? Also das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Frage. Die kann man schon immer ganz gut einfach klären. Genau. Hier ist der Über-Milch-Bereich. Ein Foto wieder von Tanja. Und hier eine Kurzform, die ich finde ich echt total schön finde. Nature-Lover, Schweden-Liebhaberin und so weiter. Und hier kann man noch Näheres über sie lesen, weil die Startseite und die Über-Milch-Seite ist die, das sind die zwei Seiten, die am meisten angeschaut werden. Genau. Hier ist nochmal die Art, wie sie halt eben schreibt. Dafür mit Wumms und Fingerspitzengefühl und Neugier. Und hier sind die Partner. Genau. Das bin ich. Auch. Genau. Und dann bist du bereit. Hier sind dann schon die Produkte, die Pakete dazu. Und hier kann man dann zum Beispiel auf die Seite gehen von dem Paket und das dann direkt buchen oder eben wieder das Erstgespräch buchen, wie man ihn mag. Genau. Und hier steht dann nochmal für das Erstgespräch hier, buch dir dein gratis Casting-Call. Und hier steht dann nochmal, ja, mit was für einem Netzwerk sie so zusammenarbeitet. Zum Beispiel mit mir hier, Webdesign. Hier ist ihr Lieblingszitat. Und dann so, ja, hast du nur Fragen und ich habe Zeit für dich. Und hier nochmal die persönliche Note, Unterschrift. Und hier kann man sich das Null-Euro-Produkt holen, damit man einfach im Kontakt bleibt. Und hier ist der Fuder. Und das Schöne ist hier dieses Vertrauenssignal von Broom Export. Das fährt einfach immer mit. Also das ist einfach toll. Weil dann weiß man, ja, die Frau hat Erfahrung, die hat schon Transformation geleistet und kannte es wirklich, was sie da verspricht. Na gut, ich hoffe, euch habe ich geholfen. Und wir bleiben in Kontakt und lasst euch gut gehen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.